Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Yellow. Heute mal wieder nur mit mir, also mit Lotte. Und zwar war ich heute mal wieder ein bisschen einkaufen, unter anderem auch im Teddy. Und naja, was soll ich sagen, ich habe vielleicht ein bisschen zugeschlagen. Aber habe ich diesmal ganz bestimmte Sachen gekauft, nach einem ganz bestimmten Schema. Und zwar habe ich heute hier zum Beispiel diese Federn oder hier diese Acrylfarbe, nur so Sachen im Aesthetics-Style gekauft. Möchte ich nämlich in diesem Video dieses hübsche Notizbuch erstmal vorne Ästhetik gestalten und inneren mache ich dann auch noch ein paar schöne Einträge. Genau, auch alles zu diesem Thema Ästhetik und naja, ich würde sagen, dann starten wir jetzt auch mal mit der Bastelfase. Musik Untertitelung. BR 2018 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 Tschüss, wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.